Also das Beste, was ich immer empfehlen kann, das Brot, wenn man noch so diesen, vielleicht von der Oma kennt man es am meisten, so kenne ich es jedenfalls auch her, so einen Steintopf oder so einen Tontopf, das ist wirklich das, was am besten hilft. Was ich nicht bestätigen kann, normales Mischbrot im Kühlschrank zu tun, das gibt sicher das eine oder andere Vollkornbrot, wo das gut passt. Sonst, was sich bewahrheitet hat, wenn man keinen Tontopf möchte oder das nicht mag, in einer ganz normalen Papiertüte einfach im Ofen legen. Bitte den Ofen auslassen, das wäre noch ganz wichtig, einfach wirklich nur in dem Ofen.